hast du food und da brauchst du mal einen tisch ab danke so dann haue ich den ding ins rein da ab dafür also Svenja weiß nicht ob du gerade was verpasst hast aber wir haben uns gerade über Sascha Charakter unterhalten ich kenne Sascha schon relativ lange zu lange glaube ich ich kenne Sascha schon länger als er verheiratet ich behaupte das Gegenteil ich bin Bürte schon länger als er verheiratet das ist ja nicht das Gegenteil das ist nur die andere Seite der Medaille aber jetzt erzähl doch mal was was ist jetzt das Ziel dieses Raids dieses Dungeons oder Dungeons in der Zeit zu schaffen also ihr habt eine Zeitvorgabe übersehen von Sascha rechts steht noch auf die Kisten wie viel man schaffen muss für die Kisten ok und die Geschichte dahinter das ist zu erklären dass man so eine Art Diablo Nephilim Portale haben sie auch eingeführt größer rift wenn du möchtest kennst ja noch er hat doch schlecht wohl noch kleine nimm dir einfach mit hast du meine Verzauberung mit Tobi eigentlich ich habe im Moment keine Schlüssel mehr habe ich sie doch veröffent achso achso ja gut habe ich es vergessen ja das kommt zu einem gewissen Alter nach den World Quests vielleicht gewissen Alter aber ehrlich es wird wahrscheinlich noch dauern das ist schon was anderes jetzt wenn ihr ne als vorhin gestern mit die andere Gruppe da ja was habt ihr denn gemacht wir waren gestern hier random drin das kannst du vergessen ey war das nicht nur plus null ja ahja ich habe gestern ja hier bei die ganze ganze Suramat Quest durchgemacht alles bin ja jetzt fertig damit und den Ruf ja auch komplett auf ehrfürchtig hast du ja ja also rein spielerisch war es mythisch plus 10 oder so ja ich klicke den linken rechten agro machst du damage mach mal weniger machst du damage pkn diese überpowerten dds die dem Tank die agro klauen normalerweise passiert das nicht normalerweise normalerweise egal ich habe auch schon Sascha du bist einfach zu Doug Rudolph ja hi ich habe auch schon in emerald nightmare das xavius add getankt ja siehste du bist ja auch der du bist ja auch der bringer ey du bist der mage alter halt stopp warte 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 äh ja denk dir an diese ach komm rein da ja ganz bestimmt ich kann nicht interrupten ihr kennt das ja das spielchen weil du zu doof dafür bist weil du ein Hexer spielst ja weil sie das Ziel erstmal weggenommen war ein Hexer ohne Interrupt ja ja dank Wizards du weißt nur nicht wie es geht um überhaupt spielst du weißt nur nicht wie es geht um überhaupt spielst warte du mal den nächsten Patch ab wird noch besser was sie sich da überlegt haben das fände ja nicht mehr gut was du den der Interrupt der jetzt versteckt ist den haben wir dann wirklich raus gepatcht oder was übrigens wenn wir die Gruppe pullt läuft wunderbar besser aus und aus der line of sight wenn wir alle away in kommen ja geht los warte kommt mal raus jetzt ist schon fast egal ne rechts ist der der Geist äh der kommt jetzt gleich eh ist gepullt dann machen wir den zuerst abgekickt kick den nächsten kick ich wieder kick Marco ist dir jetzt ist dir besser geworden naja was hast du gehabt Marco eigentlich wahnsinnigen Kopfschmerzen weniger saufen mehr kiffen jetzt trinkt man kein Alkohol jetzt trinkt man kein Alkohol Halbzeitpause ach heute ist die Champions League stimmt spielt er heute Dortmund? ne Dortmund spielte er erst Mittwoch glaube ich oder nicht ey jetzt erzähl nichts dass sie heute spielen nicht können aber warum soll dann Marco Champions League gucken jetzt sagt mir nicht dass Dortmund spielt also ich könnte schatzi kannst du mal kurz gucken ob Dortmund spielt sogleich erster oder zweiten müsste das sein gleich hat sagt Schall Disconnect Entschuldigung auf Sky Sport oben aufs Sportprogramm nicht auf 12 heute ist Dienstag nein weiter oben nicht bei Bundesliga Schatz aufs Sport ja Dortmund führt 2 zu 0 schreibt er gerade tja Sascha soweit ist es schon gekommen wir machen den linken zuerst ich geb den rechten laufen ja wie wir stehen es 20 ja 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 ist es Sport 3 da Leute spielen und Marco alles fit ich hab lange nicht mehr gesehen äh hallo vtank äh ja äh äh ich hab gestern ja ja äh ja ich habe gestern mal eine Runde Battlefield 1 gespielt diese trille version was jetzt nicht so nein weiß ich nicht also 60 euro oder 50 euro dafür also ich weiß nicht ich bin das nicht wenn man jahrelang battlefield 4 oder battlefield 3 gespielt hat ja ich finde es ist sehr stark angelehnt auch an star wars es ist auch von der grafik extrem ihr müsst auseinander laufen zumal es noch viele viele bugs hat also extrem viel allein die hitmarker die ding ist nicht richtig also also in der beta das war alles funktioniert bis auf kläglichen was von 11 1 ja also ich hatte ja wie gesagt ich habe das gestern fast sechs stunden dann gespielt oder so ja und auf einigen maps also lex waren keine gut das hat blieb alles flüssig das einzige was krass war ich schwöre da müssen so viele hacker unterwegs sein ja also ich teilweise allein hast du hast du das mitgekriegt mit dem pferd was ich da hatte und die hit also die hitting mit dem mit dem hit jetzt funktioniert nicht also mehr da funktioniert der netcode nicht richtig ja oder keine ahnung es war ganz kurios kommt rein in die blase 50 prozent heißt also ich weiß nicht bin ob ich es mir wenn dann würde ich mir so wahrscheinlich erst nächsten monat und ich bin skeptisch also da müssen sie definitiv noch was machen ja aber ich weiß nicht ob das bei battlefield 4 damals noch nicht genauso war am anfang da war es auch so schlimm glaube ich also wenn der bett will hier am anfang nicht gespielt das weißt du gar nicht was schlimm ist auch ich habe welche wir einfach gespielt ich habe es von anfang an gespielt so wie wir sind die 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 das ist die Peck, 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 peck! ... Ah. Ha! er war echt gespräch so ist kurz vor zehn 30 pakete blind Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Weg 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 weg. Siehst du? Kein Problem. Äh, mich begattet hier so eine spinn... Nee, ich wollte nur kuscheln. Jaja. Ist das Vergewaltigung so ungefragt? Ach quatsch. Sie hat höflich vorher gefragt. Nö, dich oder was? Mich, ja und ich hab ein Erlaubnis gesagt. Hast du bescheuert oder was? Wir wissen, was deine Frau dazu sagt, wenn ich jemandem irgendwie einfach erlaube, dich hier anzufallen. Ja, zu euch seh ich mich jetzt nicht. Besser ist es. Sascha ist halt, äh... Für offene Liebe? Besonders begehrt. Das stimmt. Bei wem? Das weiß ich auch noch nicht. Irgendwer wird sich schon finden. Da. Da. Daaraus. À. 鏡 Markus? Ich muss nicht mal was hin. Schlafen? Was wolltest du gerade von mir? Schlafen? Ich bin ja nicht gestorben. Au! Entschuldigung. Alex ist gestorben. Ja. Ich habe den Namen jetzt erst gesehen. Im Kampf sehe ich den Namen immer nicht. Das ist doof. Dann nimmst du einfach an, ich bin es, der stirbt. Natürlich. Schaut er den Kampf. Es geht darum. Ich hab's gekekt Mach mal in die Tussi Den nächsten kick ich Das ist jetzt hier mal Nee, wir werden doch ein bisschen Zum nächsten kick ich Das ist ein ganzes Kott das war gerade trotz cds ein bisschen viel da war mein schuld ab scheiße gepult ein bisschen romantisch rechts die gleich die kleinen erstmal den rest überlebt es auch nicht ich glaube das geht schneller geht nicht ich habe hier die ganze zeit so einen fucking geist vor mir ich muss mich abholen er geht doch gleich weg der geist er läuft hin und her die ganze zeit also müssen wir zurück oder das ist der einzige weg laufen kannst du wirklich kein stein stellen tobi geht nicht du kannst die leute ein bisschen klassisch porten stein kann erstellen aber in parten können die leute nicht Wie scheiße ist das denn? Ja, ich kann doch auch nicht riechen, dass der jetzt mal so einen Schlenker macht. Und wieder zurück. Ist aber nett, dass ihr mich habt. Finde ich sehr zuvorkommt. Vielen Dank. mit schwer mit zwei kisten 27 das sind drei also drei meine ich habe gerade ein paar letzten stream oder so ich weiß nicht auf jeden fall muss ich gerade neu starten wieso läuft ihr so einzeln durch die gegend was los bei euch der heiler ist gestorben also wenn der heiler stirbt ist der tank schuld nur die ja 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 Vielen Dank. 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 Ich habe gecounted. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.